Also Hans, wo warst du letzten Samstag um 21 Uhr? Gut, okay, wir haben Beweise, dass du da warst. Du wurdest gesehen und bisher spricht alles dafür, dass du es alleine gemacht hast. Deine Panja wird dir nicht mehr helfen. Wir haben dich verraten. Was meinst du, warum du hier bist? Wenn du uns hilfst, sie zu finden, dann können wir noch was drehen. Aber so, du bist der Einzige, der gesehen wurde. Du bist der Einzige, den wir haben. Also fällt alles auf dich zurück. Im Knast geht es dir nicht gut. Kinder wie du werden da übel zugerichtet. Was glaubst du, was mit einem Arm wirst du dir machen werden dort? Hör. All dies kann dir erspart bleiben, wenn du uns sagst, wo das Auto ist. Diese Möchtegern-Gangster werden dich hier nicht rausholen. Und wenn du uns nicht freiwillig sagst, wo sie sind, dann werden wir die Informationen anderweitig holen müssen. Und das wird nicht angenehm, versprochen. Ja, ich komme gleich. Ihr Straßengangster habt bald nichts mehr zu lachen hier. Ich komme gleich. Vielen Dank.